Der erste Einkommensstrom, die erste Goldgrube ist die Goldgrube Agenturbusiness. Eine Agentur aufzubauen kann extrem profitabel sein. Zum Beispiel, ich habe relativ viele Kurse rund ums Thema Agenturaufbau unterrichtet und viele von den Schülern, die praktisch in meinen Kursen drin waren, haben jetzt ihre eigenen Agenturen gestartet, beispielsweise im Bereich Social Media Marketing oder beispielsweise im Bereich Flipping und einige sind da halt wirklich extrem erfolgreich drin geworden. In meinem Fall ist es zum Beispiel auch derzeit so, dass ich daran bin, zwei Agenturen aufzubauen. Nämlich einmal eine Agentur im Bereich Marketing und eine weitere Agentur im Bereich Kindle-Business. Und ich würde euch gerne zeigen, wie ich diese Agentur aufbaue. Ich möchte euch einen Schritt-für-Schritt-Plan geben und dann zeige ich euch auch nochmal, welche Dinge ihr auf jeden Fall tun solltet, damit ihr selbst eine Agentur gründen könnt. Fangen wir doch erstmal bei meiner Agentur an. Was genau werde ich tun? Ich baue derzeit eine Kindle-Agentur auf und diese Kindle-Agentur besteht eigentlich aus drei Bausteinen. Nämlich zum einen natürlich der eigentlichen Erstellung von Büchern, der Übersetzung und so weiter und so fort. Für alle Leute, die sich jetzt mit Kindle nicht auskennen, ist es einfach nur ein Weg, mit E-Büchern Geld zu verdienen. Das heißt, was ich jetzt mache, ist, ich habe einen Drei-Schritte-Prozess entwickelt. Meine Agentur wird drei Dinge tun, nämlich zum einen Kindle-Bücher schreiben. Das heißt, wir produzieren Kindle-Bücher für dich, für einen sehr, sehr geringen Preis. Dann der zweite Punkt ist natürlich das Marketing von diesen Büchern. Und der dritte Punkt ist grundsätzlich die Beratung. Das heißt beispielsweise dann der Person zu helfen, Keywords zu optimieren, die richtigen Keywords zu finden, die Titel richtig zu optimieren, ein ordentliches Impressum zu schreiben und so weiter und so fort. Das heißt, meine Agentur wird vor allen Dingen drei Dinge tun. Das ist zum einen, wie gesagt, die Produktion von Content, das Marketing und die Beratung. Es wird praktisch damit eine Allround-Agentur sein. Nämlich, was ich immer wieder merke bei Leuten, die eine Agentur starten, ist das Folgende. Sie helfen meist sehr punktuell. Das heißt, Leute kommen beispielsweise zu Ihnen an und sagen, hey, ich habe da ein Produkt. Ich würde das gerne über Facebook-Werbeanzeigen zum Beispiel promoten. Und dann helfen Sie zum Beispiel, dieses Produkt halt über Facebook-Werbeanzeigen zu promoten. Was meine Agentur machen wird, ist eher ein Allround-Paket. Das heißt, die Person sich wirklich anzuschauen, sich das Unternehmen anzuschauen und zu sagen, okay, auf welchen ökonomischen Wegen können wir dann das Produkt promoten. Das heißt nicht, eine Person kann zu mir kommen und kann beispielsweise sagen, ich hätte gerne, weiß ich nicht, jetzt eine Facebook-Werbeanzeige oder was auch immer, sondern man entwickelt praktisch ein Allround-Konzept. Und das ist nicht nur bei meiner Kindle-Agentur so, sondern praktisch bei meiner Marketing-Agentur auch so, die ich derzeit im Aufbauen bin. Beim Kindle-Business oder bei der Kindle-Agentur ist es eher so, dass man sagt, okay, man bietet der Person wirklich einen Allround-Service. Wie beispielsweise bei einer Marketing-Agentur sagt man halt nicht nur, okay, man geht, sag ich jetzt mal, sehr fokussiert nur auf diese eine Werbeanzeige ein, sondern eher versucht man wirklich zu schauen, ob denn überhaupt die Werbeanzeige das richtige Mittel ist. Und dann probiert man halt dort anzusetzen und wirklich Erfolge zu erzielen. Genau dasselbe ist es halt auch bei der Kindle-Agentur. Man schaut sich nicht nur an, wie kann man, sag ich jetzt mal, wenn eine Person zu mir kommt und sagt, oh, schreib mal bitte ein Buch zum Thema, was weiß ich, sagen wir mal Gesundheit. Und man schreibt das Buch und das Buch verkauft sich nicht. Das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Es geht wirklich darum, profitable Bücher zu schreiben, diese richtig zu optimieren, diese zu vermarkten und so weiter und so fort. Und das, wie gesagt, in einer Agentur drin. Das, wie gesagt, ist der Hauptpunkt hier. Die Beratung wird natürlich auch ein sehr, sag ich mal, vorgehobener Punkt sein. Nämlich, wenn beispielsweise eine Person zu mir kommt, kriegt sie natürlich grundsätzlich immer Beratung. Und da wird es auch einige Leute geben, die für mich, wie gesagt, die Bücher schreiben. Ich schreibe natürlich die Bücher nicht selbst. Aber das, wie gesagt, wird es ganz interessant werden. Und vor allen Dingen auch nochmal die Übersetzung von Büchern. Das heißt, wenn erfolgreiche Autoren zu mir kommen und sagen, hey Leon, ich würde gerne mir Bücher ins Chinesische übersetzen und sag jetzt mal ins Hindi oder Urdu oder vielleicht ins Arabische oder was auch immer, habe ich halt die richtigen Leute, die das Ganze für mich tun. Jetzt natürlich aber die Frage, wie genau kannst du sowas umsetzen? Wie genau gründet man und skaliert man eine Agentur? Und eigentlich hat das Ganze nur fünf Schritte. Und natürlich sind die Schritte vielleicht ein bisschen komplexer, als sie jetzt hier aussehen, aber man kann es runterbrechen, meines Erachtens, auf fünf Schritte. Nämlich zuallererst muss natürlich die Gewerbeanmeldung vornehmen. Bei einer Agentur kann ich grundsätzlich immer empfehlen, daraus halt zum Beispiel eine UG oder eine GmbH zu machen. Ich glaube persönlich nicht, dass es ein Problem ist, dass du daraus vielleicht auch ein Einzelunternehmen machst. Das ist beides, denke ich mal, vollkommen in Ordnung. Bloß bei der Haftungsbeschränkung, klar, macht es die UG vielleicht ein bisschen einfacher. Bloß, sagen wir mal so, ist natürlich, ich möchte jetzt nicht die UG irgendwie als Vogelpackung bezeichnen, das ist es nicht, aber man darf halt nicht vergessen, dass diese Haftungsbeschränkung nicht unlimitiert ist. Das heißt, wenn du jetzt gute Arbeit leistest und dir nicht zu Schaden kommst, dann ist meines Erachtens auch ein Einzelunternehmen in diesem Falle keine schlechte Option. Das A und O ist aber zwar erst mal eine Gewerbeanmeldung. Ich werde nämlich immer wieder gefragt, muss ich dafür ein Gewerbe anmelden? Sobald du eine Gewinnabsicht hast und über die Schwelle, sag ich jetzt mal, rüberkommst, solltest du auf jeden Fall ein Gewerbe anmelden. Gerade auch, wenn du Rechnungen ausstellst, wenn du Umsatzsteuer ausweist und so weiter und so fort, dann solltest du auf jeden Fall ein Gewerbe haben. Der zweite Punkt ist dann auf jeden Fall, den Leistungsaufwand zu definieren. Du musst ganz genau deinen Kunden sagen, was du denn an sie verkaufst. Und in meinem Fall ist es relativ simpel. Brauchst du ein Buch, ich schreibe es dir. Brauchst du Hilfe mit Marketing, ich mache es praktisch dir. Und wenn du Hilfe brauchst bei der Beratung, wenn du wirklich im Prozess Hilfe brauchst, dann haben wir diese Dienstleistung auch. Ein All-Around-Paket. Wenn du jetzt aber sagst, okay, ich möchte mich nur fokussieren auf die Bucherstellung, musst du natürlich ganz genau definieren, was du für Bücher schreiben kannst. In meinem Fall ist es so, weil wie gesagt, ich da einige Mitarbeiter haben, werde die praktisch für mich Bücher schreiben. Ich kann jede Art von Buch eigentlich produzieren. So gut wie jede Art. Außer vielleicht Programmierbücher, da habe ich noch ein bisschen Probleme mit. Wenn du aber sagst zum Beispiel, ich produziere nur Business-Bücher, müsste man halt überlegen, in welchem Bereich Business. Ist das HR, also Human Resources, Personalwesen? Ist das vielleicht im Bereich Leadership? Ist das im Bereich Business Development? Ist das im Bereich Venture Capital? Und so weiter und so fort. Das heißt, mein persönlicher Tipp an dich ist, definiere zwar erst den Leistungsaufwand. Wie teuer sind zum Beispiel 10.000 Wörter? Wenn du 10.000 Wörter schreibst, wie teuer ist es bei dir, ein Buch formatieren zu lassen? Wie teuer ist es bei dir, sag ich jetzt mal, ja, was können wir noch machen? Ein Cover erstellen zu lassen? Und so weiter und so fort. Das heißt, du definierst, wie teuer ist was? Und anschließend dann hast du praktisch diesen Leistungsaufwand für dich selbst definiert. Du weißt ganz genau, was du verkaufen möchtest, was du leisten kannst. Das ist auch noch was A und O. Und dann musst du natürlich ein Produkt- bzw. Dienstleistungskatalog aufbauen. In meinem Fall wird es so werden, dass beispielsweise bei einer Kindle-Agentur gibt es eine Masterclass, eine Kindle-Masterclass, die wird höchstwahrscheinlich sowas wie 199 Euro kosten, plus dann halt nochmal diese ganzen Dienstleistungen, Bücher schreiben, Bücher übersetzen, Bücher vermarkten und natürlich auch die Beratung. Und Leute können dann zwischen den Produkten wählen und zwischen den Dienstleistungen wählen. Das heißt, es gibt dann zum Beispiel nicht nur den Kurs, sondern vielleicht nochmal ein paar kleine Bücher rund ums Thema Kindle-Business. Und da gibt es, wie gesagt, diese ganzen Dienstleistungen, wo Leute dann wirklich detaillierte, definierte Hilfe von mir und meinem Team bekommen. Das wird ganz interessant werden, werde ich alles relativ bald mit euch teilen. Dann der vierte Punkt ist natürlich den Preis festzulegen. Du musst für dich selbst definieren, wie viel Geld denn eigentlich das Ganze kostet bei dir. Nämlich wie teuer ist es denn beispielsweise ein Kindle-Buch zu schreiben. Da wird es höchstwahrscheinlich so sein, dass wir 10.000 Wörter für ungefähr zwischen 300 bis 400 Euro schreiben. Das heißt, wir werden jetzt nicht extrem teuer sein. Das ist sowieso die Idee dahinter, dass man wirklich auf Masse geht, dass wenn eine Person zum Beispiel zu einem kommt und sagt, hey, ich würde gerne 10 Bücher haben, dass du der Person 10 ordentliche Bücher abliefen kannst für wirklich, wirklich günstiges Geld. Und genau, das ist praktisch das Konzept. definieren müssen, wofür du eigentlich Geld nimmst. Nämlich du definierst deinen Leistungsaufwand und anschließend dann definierst du, wie viel dir dieser Leistungsaufwand wert ist. Dein der fünfte Punkt, Traffic generieren. Du sollst natürlich auch dir überlegen, woher kommen meine Kunden? Woher kommt mein Traffic? Kommt beispielsweise der Traffic über YouTube? Kommt über Paid Advertising? Kommt über Tripwire-Produkte? Also kostenlose Produkte, wo du beispielsweise E-Mails einsammelst? Das musst du alles für dich definieren. In meinem Fall würde es zum Beispiel so sein, dass ich die Leute, die ich bereits coache, derzeit ich coache insgesamt, ich habe in meinem Leben vielleicht sowas wie 2800 Leute, glaube ich, gecoacht, ein bisschen weniger, vielleicht 2500. Und in meinen Kursen, wenn ich alles zusammenrechne, müssten sowas wie eine halbe Million Schüler eingeschrieben sein. Und diese Leute werden natürlich praktisch die sein, an die ich vermarkten werde. Bei manchen Plattformen kann ich leider nicht ganz vermarkten, bei YouTube kann ich natürlich vermarkten. Das heißt, ich werde hier auf jeden Fall meine Dienstleistung an euch promoten und ich denke, das soll klar sein, ich promote mich immer gerne. Aber ich werde natürlich auch probieren, über Paid Advertising zu gehen, Tripwire-Produkte über meine E-Mail-Listen und so weiter und so fort, sodass ich halt mehrere Traffic-Quellen habe, von wo ich Kunden herbekomme. Und genau dasselbe kann ich auch nur dir empfehlen. Das heißt, wenn du jetzt deine eigene Agentur aufbauen möchtest, wenn du zum Beispiel auch in diesen Bereich Kindle gehen möchtest oder du gehst in den Bereich Kurse oder gehst in den Bereich Marketing oder gehst in den und den und den Bereich, dass du auf jeden Fall dir überlegst, woher kriege ich Kunden. Nämlich, wenn du vorher einen tollen Leistungsaufwand hast, wenn du tolle Produkte und Dienstleistungen entwickelt hast und du weißt ganz genau, dass dein Preis vielleicht auch sehr fair ist, dann ist das alles schön und gut. Bloß wenn du keinen hast, der dir das Ganze abkauft, ist auch nicht toll. Also, mein Tipp ist an dich, versuche auf jeden Fall, dich auf den Traffic zu fokussieren. Du musst wissen, woher die Kunden kommen. Und das ist übrigens auch gar nicht mal so schlecht, sich einfach nochmal vielleicht in ein paar Marketingkurse einzuschreiben oder einfach mal ein Seminar oder was auch immer mitzumachen, um zu lernen, wie man an Kunden rankommt. Einen wirklich trivialen Weg, den ich dir immer geben kann, wo ich sage, das ist mit der einfachste Weg, um Reichweite aufzubauen, ist YouTube. Du machst einen YouTube-Kanal auf, machst Videos zu deinem Thema, zum Beispiel, sagen wir mal, Geld verdienen oder zum Beispiel zum Thema Online-Marketing oder zum Thema Kindle oder was auch immer und in jedem von diesen Videos sagst du, hey, wenn du ein Kindle-Business zum Beispiel starten möchtest, dann wende dich an meine Agentur. Wir schreiben dir die Bücher, wir machen das Marketing für dich, wir beraten dich auf deinem Weg. Das Ganze für einen wirklich günstigen Preis, so günstig, wie du es auch wirklich vielleicht nur irgendwie bei irgendwelchen Freelancern oder wo auch immer bekommst. Wir sind so günstig, wie es nur irgendwie möglich geht und wir sind halt praktisch Experten in diesem Gebiet. Wir wissen ganz genau, was wir tun, schreiben dir tolle Bücher und du, wie gesagt, wirst dann durch diese Beratung und durch diese Bücher erfolgreich in diesem Business und verdienst gutes Geld. Und solche Agenturen, solche Allround-Agenturen, die wirklich funktionieren, die ein tolles Leistungsangebot haben, die einen tollen Leistungsaufwand definiert haben und die Preise sind fair, sowas meines Erachtens hat Bestand. Und genau das, wie gesagt, versuche ich derzeit aufzubauen. Das wird relativ bald kommen, ich denke ungefähr Ende diesen Jahres. Dann natürlich ist auch nochmal Folgendes wichtig, wenn du dich jetzt entscheiden musst für ein Agentur-Business, da würde ich jetzt nicht unbedingt auf Leute online hören, zum Beispiel höre jetzt nicht auf mich, welche Agentur du starten solltest, ganz im Gegenteil, höre auf dich selbst. Nämlich, du musst dir natürlich überlegen, was kannst du eigentlich, welche Dienstleistung kannst du eigentlich anbieten. Ist es zum Beispiel Social Media Marketing, ist es Online-Marketing, sind es Finanzdienstleistungen, ist es HR, also Human Resources, Personalwesen, kannst du Leuten helfen, beispielsweise gute Mitarbeiter zu finden, qualitativ hochwertige Leute in die Firmen reinzubringen, dafür eine Provision zu kriegen. Übrigens auch Finanzdienstleistungen ist immer wieder interessant, weil ich nämlich einige Firmen kenne und früher auch mal mit einer Firma zusammengearbeitet habe, die Propriety Trader ausbilden, das heißt zum Beispiel Leute, die halt dann zu Hedgefonds gehen und die in Banken gehen, wie zum Beispiel Goldman Sachs und dann halt auf dem Trading Floor dort arbeiten und praktisch für diese unterschiedlichen Banken oder zum Beispiel Hedgefonds dann Aktien und andere, sag ich jetzt mal, Finanzprodukte handeln. Und das Ganze ist wirklich interessant, nämlich auch gerade im Bereich Finanzdienstleistung gibt es sehr, sehr viele Dinge, die man tun kann. Der gesamte Marketingbereich, obwohl es schon so viele Social Media Marketing Agenturen gibt, ist immer noch ein gigantisches Feld. Es gibt erstaunlich wenig gute Social Media Marketing Agenturen, das ist immer so. Die Spreu wird sich nicht so schnell vom Weizen trennen, wenn es einfach zu viel Spreu gibt und der Weizen nicht auffällt. Und genau, gerade im Bereich Social Media Marketing oder im Bereich Agentur-Business gibt es einfach extrem viele Social Media Marketing Agenturen, die nicht besonders viel drauf haben. Das sehe ich immer wieder übrigens auch bei Agenturen, die zu mir kommen und die Hilfe brauchen in diesem Bereich, wo ich dann sage, naja, ihr habt ja nicht mal irgendwelche KPIs definiert, ihr könnt diese nicht überprüfen. Woher wisst ihr denn, dass eure Ads funktionieren? Wie sind die Ergebnisse? Und wenn ich die Ergebnisse mir anschaue, dann ist das manchmal doch schon relativ erschreckend. Das soll jetzt nicht unbedingt heißen, dass Leute einen durchgehend schlechten Job machen. Nein, aber es gibt natürlich viele Marketingagenturen, die einfach nicht das halten, was sie versprechen. Und da, wie gesagt, versuche ich zu helfen. Und wenn du jetzt zum Beispiel eine Agentur aufbaust, dann würde ich dir als Tipp geben, erst mal das zu perfektionieren, was du Leuten verkaufen möchtest. Und wenn du das getan hast, dann starte eine Agentur. Der vierte Punkt ist natürlich auch nochmal Outsourcing. Ich werde ja mit dir sowieso nochmal über das Thema Flipping Business sprechen. Und es gibt auch einige Videos hier auf diesem Kanal zu diesem Thema. Mein persönlicher Tipp an dich wäre der folgende, nämlich, wenn du dich ein bisschen mit dem Thema Outsourcing auskennst und wirklich gute Outsourcing-Partner hast, sagen wir mal in Ländern, in Afrika, Südostasien oder wo auch immer, die tolle Produkte erstellen können, sei es nun Designs, sei es nun Bücher, sei es nun Kurse, sei es nun, was weiß ich, Webseiten, dann kannst du natürlich auch in diesem Outsourcing-Bereich Agenturen aufbauen, wie zum Beispiel eine Webentwicklungsagentur, wie zum Beispiel Agenturen im Bereich, sag ich jetzt mal, ja, E-Bücher schreiben oder Online-Kurse erstellen oder was auch immer. Übrigens auch Copywriting-Agenturen können extrem profitabel sein und Media-Agenturen natürlich auch. Dann nochmal Folgendes, nämlich, wenn ihr mehr rund ums Thema Social Media Marketing Agentur wissen wollt, dann schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Dort befindet sich ein Link zu meinem Social Media Marketing Meisterkurs. Da zeige ich dir drin, wie ich praktisch Agenturen aufbaue. Es ist der meistverkaufte Kurs in diesem Bereich. Aus diesem Kurs sind schon Dutzende von Agenturen, sehr erfolgreiche Agenturen, hervorgekommen und ich glaube, wie gesagt, du könntest der Nächste sein. Schreib dich ein, der Kurs kostet derzeit gerade mal 9,99 Euro. Ich kann nicht versprechen, ob der Preis auch noch in Zukunft bei 9,99 Euro liegt. Deswegen klicke einfach mal unten auf den Link, kauf dir den Kurs und wenn du Fragen hast, kannst du im Kurs mir jede Zeit schreiben. Das heißt, ich helfe dir dann tatsächlich auch in diesem Kurs dein Business aufzubauen. Würde mich sehr, sehr freuen, dich dabei zu haben und keine Sorge, der Kurs kostet tatsächlich so wenig. Da kommt jetzt nicht irgendwie noch, weiß nicht, versteckte 100 Euro Kosten hinzu. Der Kurs kostet wirklich nur 9,99 Euro. 9,99 Euro blinken.